Hallo und Willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute Ghostface. Ich spiele mit den Perks Uneinigkeit, der Ruf einer Krankenschwester, Überwachung und Barbecue und Chili. Außerdem habe ich zwei Addons dabei. Einmal, dass mich die Überlebenden nicht so leicht aufdecken können. Und das andere, dass sich meine Kraft schneller wieder erholt. Ich hoffe mal, dass mein Plan dadurch aufgehen wird und dass ich dadurch die Überlebenden schön wegdrücken kann. Ah, den habe ich schon ziemlich weit gestalkt. Habe ich dich? Ah, okay, hier ist der andere. Okay, den soll ich eigentlich gerade nicht jagen, aber naja, gut. Okay, verdammt jetzt. Was mache ich denn? Okay, dort hinten arbeiten wieder zwei dran. Habe ich dich? Boah, habe ich dich? Zack! Die Twilight hatte ich da erst gar nicht wahrgenommen. So, der bekommt aber auch einen. So, auf die Schulter mit dir. Gut, das mit dem Ace und dem Ash am Anfang habe ich ein bisschen verhauen. Das stimmt auf jeden Fall. Aber gut, die Clodette haben wir dafür umso besser jetzt geschnappt. Dort ganz oben ist der Twilight irgendwo. Und ich gehe wieder in meinen Stealth-Modus. Hier hat auch irgendjemand weiter dran gearbeitet. Überlebende, Überlebende, ist derjenige. Da, okay, der Ash. Gut, na gut, dann laufen wir jetzt hier so ein bisschen rum. Einmal. So, durchs Fenster. Hallo? Habe ich dich? Dahin wurde der Generator erstmal wieder angefasst und dann erst die Clodette gerettet. Der erste Generator wurde auch gemacht. Der Generator geht noch zurück. Dann trete ich gegen den dort hinten. So, das Ding ist, ich kann mich jetzt nicht so schön anschleichen. Oh, ich hätte ihn beinahe weggezogen. Ich war schon in der Animation drin, ne? Ich trete hier trotzdem nochmal schnell gegen. Zack, zack. Und dann ihm weiter nach. Und dann ihm weiter nach. Twilight. Dort oben. Habe ich dich? So, ich bin kurz in den Stealth-Modus gegangen. Einfach nur, dass er mein rotes Licht vielleicht nicht so schnell wahrnimmt. Und dass ich dann vielleicht den Schlag durchbekomme. Ja, war jetzt vielleicht nicht super notwendig. Hat aber geklappt. Das ist das Wichtigste. Okay, den Generator da hinten haben sie auch wieder angefasst. Wenn die Überlebenden, die wollen die Generatoren hier. Um jeden Preis. Hier trete ich auch kurz wieder gegen. Da wurde auch schon wieder gerettet. Boah. Ash, okay. Okay. Schönes Ding. Gut, dann, äh, ja. Wenn du stehen bleibst, dann hole ich mir dich. Oh, gut gemacht. Gute Blendung. Wer heilt sich denn hier? Der Trite. Tut mir leid für dich, Trite, aber der ist jetzt einfach weglaufen soll. Wenn du dich hier direkt wieder heilst, dann geht das nicht unbedingt gut aus. So, auf die Schu... Oh, Entscheidungsschlag. Okay, er hat, er hat also einen Grund für seinen Mut. Ah, damit hätte ich rechnen können. So, passt auf. Ich gehe jetzt, denke ich, wieder zu dem Generator hier unten. Ach, shit, das bringt ja immer überhaupt nichts. Schade. Okay, die Palette ist zumindest schon mal weg. Und verbraucht. Hier oben läuft die Klüttet. Habe ich dich? Oh, schade. Ich wollte ihn auch haben. Jetzt habe ich ihn. Wundervoll. So, auf die Schulter mit dir, Klüttet. Du kommst nach da. Dann trete ich gegen den Generator und hole ich mir den Ash. Puh, die machen es spannend. Die machen es auf jeden Fall sehr, sehr spannend hier. In diesem kleinen Viertel. Das Gute ist, die Paletten hier werden auch immer weniger. Und wenn sie halt hier bleiben, müssen sie halt auch... ...immer wieder hierher gehen. Schönes Ding, Ace. Schönes Ding. Okay, dich hänge ich hier hin, Ash. Und zack. Oh, der ist tot. Übel. Einmal. Okay, den habe ich mir geholt. Die Klüttet arbeitet hier immer noch dran. Verdammte Axt. Die ist hier hinter. Es tut mir leid, Klüttet. Dich lasse ich aber jetzt liegen. Ich habe aus dem Dwight gelernt. Und werde da jetzt nicht nochmal einen Entscheidungsschlag riskieren. So, du komm... Äh, dagegen trete ich gegen. Ich meine... Äh, was soll das, Klüttet? Du wurdest gerade gerettet. Hau doch lieber ab. Und mach was aus deinem Leben. Da haben sie den Generator gemacht. Okay, der hat noch schön gestalkt. Oh, den Schlag habe ich nicht. Aber ich habe ihn zumindest zur Hälfte voll gestalkt. Ich weiß aber, darum bin ich jetzt hier lang gegangen, dass der Dwight einen anderen Weg gegangen ist. Einen anderen Weg in Richtung Klüttet anscheinend nicht. Was, die sitzen hier zu zweit dort? Ach nee, der hat ihn nur angetippt. Okay. Okay, das erklärt's. Schade. Der war so gut wie durch. Und... Die Klüttet hat schön das Fenster für dich geblockt. Darum hole ich mir jetzt dich. Schade. So, hingehockt. Dadurch mein rotes Licht verdeckt. Mit meiner Kraft auch. Und dadurch konnte ich ihn schön weghauen. Irgendwie ist... Doch, ich habe ganz am Anfang die Klüttet weggestalkt. Das hat geklappt. Boah, die will den Generator haben aber wirklich. Auf biegen und brechen. Ach shit, habe ich mich gerade wirklich so vereiteln lassen? Aber gut, wir haben uns beide gerade veräppelt. Darf ich dich? So, du kommst auf die Schulter. Ich meine, der Ace kann auch retten. Ah, nicht an den Haken, sondern an den hier. Schade. Okay. Gut, dann kommt die Klüttet jetzt hier ran. Ah, der Ash, ne? Wäre ich fies gewesen, hätte ich die Klüttet einfach hingeworfen. Und dann hätte ich mir die anderen beiden geholt. Dort hinten ist der Dwight. Hier sitzt aber der Ash dran. Äh, der Ace dran. So rum. So, hier trete ich jetzt wieder gegen. Meine lieben Freunde. Finger weg von dem Generator. So, auf die Schulter mit dir. Oh, der Haken ist noch da. Okay, dann kommst du jetzt hier ran. So, zack. Der hängt zum ersten Mal. Okay. Der Dwight war zuletzt in dieser Richtung. Hier trete ich gegen. Zack. Okay, dann trete ich an die Palette dort. Dann ist das Gebiet hier wirklich palettenfrei. Dann haben sie hier gar nichts mehr. So, umtet oben. Hab ich dich. So, er war so beschäftigt mit nach hinten schauen. Da hat er so ein bisschen, ja, Weg nicht gut machen können. Also, dadurch ist er so ein bisschen an Sachen hängen geblieben. Da kam ich gut an ihn ran. So, ab an den Haken mit dir. Zack. Ich meine, wir konnten nicht viel stalken, aber immerhin konnten wir uns gut anschleichen. Irgendwie so ein bisschen Verschwendung für die Addons. Gut, ich glaube einmal die Clodetta am Anfang konnte ich gut wegstalken. Ansonsten, hm, war es ein bisschen schwierig, ne. Da haben die mich gut immer entdeckt. So. Woofless Killer und Pip habe ich gemacht. Das ist super. Und Angst und Schrecken habe ich hoffentlich auch verbreitet. Good game, meine Lieben. So, mal sehen. Wie sieht es hier aus? Pip habe ich gemacht. Ich hätte ein bisschen mehr jagen. Und ein bisschen besser die Generatoren halten müssen. Ein Prozent vor allem, ja. Das ist genau bei 99. Das Ding ist, wenn die halt alle hinten in diesem Gebiet waren, da habe ich gut meine Kills gemacht. Gut meine Jagden gehabt. Was weiß ich. Die Generatoren gut verteidigt. Dadurch konnten sie natürlich alle anderen Generatoren gut machen. Aber weil sie sich an den Generatoren so ein paar festgebissen hatten, bin ich da natürlich geblieben und habe die anderen nicht so gut verteidigt. Na gut. Das waren meine Überlebenden. Oh. Drei Entscheidungsschläge. Gut, dass ich die eigentlich liegen gelassen habe. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.